oh nein herzlich willkommen zurück zu einem neuen part von let's play deadpool beim letzten mal sind wir hier irgendwie in eine hölle gekommen oder so und jetzt sollen wir hier den fiesen obermots besiegen weil wir eine seele zurückholen sollen ja bin gespannt wie das ausgeht das kann nicht gesund sein ich glaube so wenn man hier runter fällt vor die mario tube hier ok gut reiner richtig old school ich wollte oh ey alter ist ein schatz wir nehmen mal mit schatz warm 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 also ich kann mich sogar ein bisschen vor und zurück bewegen ok hier aha nuo ich 9 5 neben mau gute Enfin ver im 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 af Auf, Meise Tacos. Ich bin noch nicht ran. Zu weit weggefallen. Okay. Ich kann auch nur eine Waffe benutzen. Na ja gut. Ich komme aus. Nehmen wir. 2000 Punkte. Nice. Ah ja. Boah. Dammit. Das war blöd. Ich komme nicht an das Geld ran. Na gut. Komm ich dann. Ruhig. Ähm. So gut. Oh. Ah. Aua. Fuck. Ja. Ich bin natürlich voll da reingesprungen. War sehr schlau. Jöööö. Healing Factor. Yay. So. Oh. Offenbar schon. Oh. Kegs. Thanks pal. No. Really. You shouldn't have. Really. You know what I think? I think it's trying to kill us. We need to get out of here. Toll. Ja. Ich gehe gleich drauf. Oh. Warte doch mal. Toll. Toll. Äh. Ah. Oh. Geh weg. Ja. Das ist gut. Es kaput. That looks like it has a spirit in it. No. I have to leave it alone for us. My vessel? Uh. What? Oh. All I got with this spirit in a statue. What a chill spirit, of course, these must be the spirits that are linked to the mutant corpses sinister is out down here. No wonder is cool crawling all over. I've got a bad job of awesome. That's to me. I really like everything here. There. I better take care of this statue before I enter another door. Dann, äh, nehmen wir mal. Achso, ich muss das ja wieder hier reinpacken, ne? Oh. Da, machen wir rechts weiter. Soon. Soon. Uh, it's quiet. Too quiet. Tee, für die nichts sagen, starten. Okay. And door number two? Those clones will be back. I'm sure that... Speak no evil. Mmh. A delicious fruit. For the living. Wait, I'll hold on. Get to it. Okay. We, 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 we. Shit. Okay. Speak no evil. Man, I hate standing in line. Easy, I want a ride here. Don't mess this up for me. Oh, I ate too much candy corn. Oh, Jesus. Ja, wir warten einfach mal. Geduld. Das Prinzip ist mir nicht so ganz verstanden. Was heißt, wenn Sie schnell nachdenken? Oh mein Gott, wer lässt einen weg? Es ist mir. Oh Gott, der Schmuck! Ich will wieder, 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 wieder! Zwei von Ihnen können in dieser Karte sein. Ein Ticket, bitte. Es hätte besser etwas Gutes für all diese Wälde sein. So, mal entspannt. Ja, Junge! Ein Award! Ich bin noch nicht sicher, ob es wert war. Ein Ticket, mein Lieber. Ein Ticket für den Ferryman. Ein Ticket, bitte. Ein Ticket. Oh ja, wir machen das Ding. Wien mir einen Preis. Und nicht vergessen, zu schreien. Okay. Ja, das wäre echt furchtbar. Wut, äh... Okay. Oh. Wut? Wut? Äh... Wut? Achso, da. Wut? 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 Was? Nein. Ich will die. Bitte, ich will. Wenn du wirklich meinst, dann küsst mich. Das ist alles. Ein einziges Kuss. Well, das war nicht Teil der Plan. Und... Ich weiß auch gar nicht so genau, was ich hier treffen soll. Ah, das ist Wolverine, das ist mit uns. Okay. Weg. 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 Deco. Ist das bescheuert. Oh, schau, das ist ich. Ich glaube, du kannst sagen, das ist ein Medikor für all die verletzten Scheine in meinem Kopf. Ach so. Natürlich. Ich verstehe voll was hier los ist. Was? Ah. Hallo. Jo. Schön. Oh. 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 Äh. Oh. Ja. Hey, 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 I'm back. What? Whatever you're doing, Wade, keep doing it. Haha. Got it. Oops. If you keep it up, this whole cavern will collapse. Destroying the courts who Sinatra is trying to get his hands on. No. I am so taking this gun home with me. No. Oah. I'm sorry. No. 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 du da oben so ronde wo mit mit der natürlich wäre erstmals sammeln der kann die gar nicht so da muss die wieder rein die nichts sehen statt natürlich ok dann gehen wir da mal hin Oh, Schöne. Na, geh wir doch mal rein, ne? Oh, Wade, hurry. I thirst for their souls. Natürlich. Wo müssen wir hin? Wo kommen wir her? Wo müssen wir hin? Ach, so müssen wir hin. So, dann jetzt. Geh ich erstmal hier runter. Ohne da runter zu fallen, natürlich. Am besten hier rüber springen. So. Schatz. Schatz. Juhu. Jetzt kann ich noch. Schlimm. Schatz. Oh, wenig Zombies bisher, ne? Okay. Schießt du wieder auf? Hallo. Klingt nach Klon. Ja, nicht am Po kratzen, äh, Truhe aufmachen. Nice. So. So, da geht's weiter. Hallo. That's not a zombie, that's a Klon. You lieb. Shh. Heeeh. Watch this. Oh, that is gonna leave a mark. Der Move ist immer noch am coolsten. Zack. Yeah, Butter ain't gonna fix that. Oh, man. Oh, man. If I touch you, do you not bleed? Suck it, Germany. Oh. Ich muss mal eben so ein bisschen regenerieren hier. Ah, geh mal weg. Two extra slices for just $9.99. Two extra slices for just $9.99. Two extra slices for just $9.99. Das ist jetzt die nun satt. Wahrscheinlich nicht. Hm. Ach so, da hin. Okay, warte mal. Ich muss mal gerade. Die hier nehmen. Ja, ne, ne. Oh. Wo denn? Wo denn? Hey, you got that thing, I sent you. A bullet there. Hm. Na. So. Ich würde gerne noch diesen Abschnitt hier abschließen, bevor wir Part-Ende machen. Ich würde gerne noch einen anrufen. Oh, ja. Oh, 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 oh. In this face. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So. Oh. Da sind wir hin. All klar. Nimmer. Motorboot fahren ist schon, hat schon, hat schon, hat schon was für sich. Oh, eine Katzi. Oh. 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 I'm crazy for trying and pegging people power wait, what the hell? yes oh jitter, 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 jitter oh that wasn't so bad and that was alright, oh oh god hey, hey Wo? Acht da! Na ja. Warum sind da Turban-Deadpool-Köpfe? Geist beschwört. Na gut. Julio the Amazing! Julio the Amazing! They have been waiting for your arrival. But you must prove your worth. You must pass the test. Look into your own soul. Only then will the spirit emerge. Seek wisdom in these ancient caves. I eagerly await your return. Uh, okay. Onward, my love. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag bis dahin. Tschüss.